Okay, zum Glück haben wir den Playsafe, den wir laden können. Aber was machen wir gegen das Vieh? Okay, wir haben ihn eingekeilt, dass er nichts mehr machen kann. Das ist das einzige, was wir machen können gerade. Gott, kriegen wir durch den gerade Erfahrungspunkte, ey. Das hat ihm zwei Stufen den Kämpfern gebracht. So, das heißt, wir füllen die Kämpfer nach und speichern danach gleich wieder. Ich will das nicht nochmal machen müssen. So, das ist das, was wir? Das war's für mich. was was really a really a was 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 Das heißt, wir können weitergehen. Wir haben jetzt Stufe 5 mittlerweile erreicht. Also man merkt, irgendwie ist das mit den Erfahrungspunkten auch nicht ganz so balanced, wie man es gern hätte. Ich meine, die erste Stufe kostet 2.500, das geht noch. Die nächste 5.500 und dann rasen wir auf einmal zu 55.000 hoch. Okay, vorher waren es 45.000, für Stufe 4, äh ne, halt für Stufe 5. Stufe 1 waren 2.500, Stufe 2 waren 5.500, Stufe 3 waren schon 20.000. Ja. My troops are under attack. Good. Uh-huh. You have come to the master. You have come to the master. We're almost there. We're almost there. What? So, das waren die hier. Ach, noch mehr Holz. So, Holz und Nahrung. Probably. Well, we don't know. Well, we don't know. Okay, da kommen jetzt die Monster angelaufen. Also, die Höhlenmonster. Let's go. Go where? So, da sind noch zwei Trupps drin, die wir ausschalten können. Well, we don't know. Uh-huh. 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 Let's go. Huh? Cut them down at your surface. Catch this. Uh-huh. Good. Catch this. Huh? Uh-huh. Again. Hier ist es etwas eng zum Kämpfen. Klappt aber ganz gut, eigentlich. Glaubt aber ganz gut, eigentlich. Uh-huh. 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 You have come to the Master. Huh? Well, we don't know. Uh-huh. I am for almost everyone. So. Und da sind wir jetzt schon bei... Uh-huh. 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 Also, hier ist ein Trupp Eber. Uh-huh. War das, was wir dann vorhin bei der Herberge gesehen haben, auch ein Trupp Eber? There you are. Home you go. Iiii. Iiii. Da seid ihr ja. Ab nach Hause, grunz, grunz. Es war nicht schwer, sie alle wieder zurück zum Hof zu bringen. We're almost there. Okay, wir haben einen Trupp Eber zu ihrer Heimat gebracht. Jetzt mal mit dir sprechen. Ich bin beeindruckt. Ein Gildmaier kommt, um mich zu retten. Was machst du hier? Dein Großvater ist außer sich vor Sorge. Ich würde ja gerne von hier verschwinden, aber die riesige Bestie lässt mich nicht gehen. Bring mich bitte zu meinem Großvater. Ich werde dich da rausholen. Du bist bald wieder zu Hause. Enkel des Waisen, gut. Äh, ja. So, hier speichern wir wieder. Lieber, sicherheitshalber. We're almost there. Aber ja, die Erfahrungspunkte kommen langsam wieder rein, zum Glück. Oh, und unsere Auftragsliste ist wieder leer. Also, ist es egal, ob ich Quicksave mache oder nicht. Der Bug ist da. Oh, okay. Der Bug ist da. Also, wenn ich die Abonneeacke mache. Ich habe die Abschdauche, die auch ein paar Jahre alt wurde. Aber dann hast du das. Und wir sind wieder in der Ausflügel. Und ich will das. Also, es ist noch ein paar Jahre alt. Aber ich weiß nicht. Aber da will das ab. Und wir können diese Abonneeacke machen. So, wir können Sie auch ein paar Jahre alt. Das haben wir hier schon. Aber mal versucht, wenn sie schon nachdenkt. Und ich kann das ein paar Jahre alt. Und Ich denke, wenn alles geplant ist. Und ich kann es auch nach wie drinste. Was ja zum Glück nicht so schlimm ist. Wir klappern eh alles ab und gehen in alle Dörfer und Städte und machen Zeugs. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Auch wenn es schöner wäre, das etwas besser hinzukriegen, muss ich zugeben. Wahrscheinlich ist das der Eber, den ich da die ganze Zeit sehe. Mal gucken, was passiert, wenn ich zu dem gehe. Wir müssen eher auf den Jungen warten. Ja, wir wissen nicht. Uh-huh. Uh-huh. Du bist zum Master gekommen. Wie du willst. Wie du willst. Die sollten eigentlich im Gehege sein und nicht drumherum. Also ja, muss ich auf jeden Fall nochmal da oben hin. Dort die Schweine holen und dann nämlich umgucken, wo noch Schweine sein könnten. Aber man sieht ja eigentlich die Schweine recht gut. Ich habe die da oben nur einfach übersehen. So, hier gibt es keine unheimlichen Höhlen. Also schicke ich den einfach mal alleine da hoch. Also ja, man merkt, es ist definitiv schwieriger, seine Units zu leveln in diesem Spiel als im Vorgänger. Ich gucke mich mal nur um. Ich habe nämlich um Grunzen oder so gehört, aber das könnte auch mal woanders herkommen. Ja, unser Magier ist gleich an seinem Ziel. Du hast ihn. This book describes many green magic spells and reveals some secrets they never taught me at the university. It'll come in handy. Ey, wir können endlich Heilung. Wir haben jetzt grüne Magie. Endlich. Das heißt, wir können ein bisschen grüne Magie. Er bringt den Enkel zurück, geht ins verzauberte Tal. Mhm. Ja, aber wir können jetzt Zauber grüne Magie lernen. Erstmal Heilung lernen. Ja. Vielleicht noch Gift heilen. So, jetzt würden wir aber erst mal zu dem Schweinchen gehen und da oben am Chaos-Portal, also im Chaos-Altar, bestraft den Riesen. Und Stiefel vom Fabrik. Ach, Behausung des Riesen, da waren wir doch schon. We're almost there. Well, we don't know. Gut. Es ist lustig, dass die Quest jetzt erst kommt. Gut. Die können wir wahrscheinlich gar nicht mehr abschließen, oder? We're almost there. Nö. Gut. Also, was bringt das großartig. Hm. Gut. Gut. Gut.